Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Im Mittelpunkt stehen Beratungen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping, insbesondere über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stößt zu den Gesprächen hinzu. Der Elysee-Palast meint, dass China wegen der engen Partnerschaft mit Russland das einzige Land ist, das unmittelbar Einfluss auf den Konflikt nehmen kann. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine hat Chinas Präsident Putin politisch Rückendeckung gegeben. In irgendein Fall, für den Präsidenten französisch ist klar, dass China in diesen Momenten ist einer der wenigen Pausen, die es für die Einfluss auf den Konflikt hat. In diesem Zeitpunkt wird auch sprechen, wie sich die Gewalt, wie sich die Gewalt und wie reduziert die Europäische Bedeckung, was in Brussela hat sich in den Rieskungen bezeichnet. In den letzten Zeitungen, die Europäische Union hat den Tonen aufzunehmen, aber in weniger Gratis als EU-EU. Und diese ist die Baza, die europäische Europäer in ihren Gesprächen mit dem Präsidenten Chino, Xi Jinping. Anna Lázaro, Euro News, Tekin.